Einmal noch auffüllen, damit die hier was zu fressen haben. Und dann wollen wir hier mal ein bisschen upgraden. In der Hoffnung, dass ich jetzt mehr Fleisch rausbekomme. Wenn ich das natürlich jetzt komplett ausbauen muss, dann habe ich jetzt einen Fehler gemacht. Damit wir das wirklich bekommen. Also mehr bekommen. Ne, das hat sich doch schon gelohnt. Dreck mal zwei mehr. So, nochmal verkaufen, tut mir leid, aber es muss sein. 1.570, das ist hier schon mal so eine Wurst. Das heißt, die Hühner können jetzt gleich weg. So, dann komm mal bitte mit dem Geld. Hä? Nein! Verdammt. Ich habe ja noch gar keine 2000. Frischgrafen, bisschen für Kalkoriat, ne? Ein bisschen ist gut. Vorher sollte jetzt genügen. Ich warte das jetzt hier noch ab. Ach, das wollte ich doch eigentlich nicht machen. Naja, die Würste kriegen wir auf jeden Fall. Das können wir noch weiter so lange verarbeiten. So, Würstchen kann weg, das kann weg, das kann weg und die Viecher müssen auch weg. Dann machen wir erstmal die Viecher. Das sind schon mal 2000. Weil das bringt es einfach nicht. So, komm, wir müssen hier verarbeiten. So, das heißt, wir machen das hier schon mal. Und davon brauche ich 10, ne? Das sind aber schon mal 6, das ist schon mal gut. Dann können wir dann eventuell gleich schon mal die ersten 6 machen. Das ist natürlich ätzend. So, dann hat es auch genügend. Da war es ein letzter verbrannt. So, einmal können wir noch verbrennen. 1300 ist jetzt nicht die Welt. Aber immerhin den Anfang. Hier, da sind wir zeitmäßig drin. Vielleicht das hier auch. Aber das hier machen wir Sorgen. Wenn ich ehrlich bin, wir haben... Okay, das war's. Ähm... Verkaufen. Bis auf allen. Verkaufen. 2000. Na ja, dann können wir wenigstens schon mal anfangen. Ja, und die Kühe sind natürlich dann jetzt noch eine Herausforderung. Das sind 10.000. Die haben wir leider nicht zur Verfügung. So, und direkt starten. Und wir haben 6 eingekauft und brauchen jetzt noch 4. Damit nichts schief läuft. Aber wir haben 15,5 Minuten Zeit knapp. Na also 15 Minuten 20. Ich muss das Lager aufrüsten. Da war ja nicht gerade noch ein Vieh. Ich weiß, wenn ich halt jetzt hier aufrüste, dann kriege ich mehr. Aber... Keine Kohle. Keine Kohle. Aber das hier können wir verkaufen. Da können wir direkt mal gucken, was die geben hier. 600. Das ist natürlich gut. Sind schon mal 1.900. Aber wie ihr seht, sonst Schwein gibt nicht viel, ne? Mal gucken, wie gleich die finanzielle Lage ist. Wenn wir die Würstchen nämlich haben. Und je nachdem, Schwein verkaufen. Gibt hier auch 1.000. Damit wir dann die Kühe holen können, ne? Mein Schwein gibt ja nichts. 600 hier so ein... So ein Ding. Und das ist nicht wirklich viel. Ich glaube ja echt schon bald, dass wir an den Kühen scheitern werden. Weil... 10.000... Ey, wo soll man die herholen? Hier haben wir auch schon 6 Stück. Das ist schon mal perfekt. Ich gebe mir die Wurst. Und können wir dann nochmal wieder... 200.000... Einen hiervon... Schon mal losfahren. Vielleicht können wir uns ja dann so schön mal eine Kuh leisten. Nee, können wir nicht. Reicht nicht. Schade. Schade, 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 schade. Ja, reicht nicht ganz. Müssen wir abwarten. Nein, ist nicht wahr. Wir hatten doch eingekauft. Sechs und vier oder nicht? Komm jetzt bitte mit dem Stuff, danke. Scheiße, das verzögert sich dadurch jetzt. Komm, Walle! So, verkaufen, verkaufen. 2700, immerhin. Dann kann ich nur hoffen, dass die Kuh irgendwie gewillt ist, ein bisschen mehr Milch hier mal zu geben. Das ist richtig knapp, ey. Ja komm, scheiß jetzt Milch. Drei Stück. Nummer eins. Boah, wird das knapp. Komm, hopp, 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 hopp. Wir haben keine Zeit. Wie viel haben wir denn jetzt? 1800. 3800, das reicht. Schaffen wir. Perfekt. Aber man braucht die Zeit. Meine Güte noch. Erinnerungsfoto. Yay. Boah, Leute. Das war jetzt aber... Ich hab echt gedacht, wir scheitern jetzt an den Kühen. Weil die Schweine geben halt einfach nicht viel Geld. Mach keine Flecken in die Kleider. Ich geb mir Mühe. 50 Pfannkuchen. Alter. 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 Das gibt es nicht. Zehn von denen. Nochmal aufrüsten. Komm. Das... Ach, scheiße. Ich war dumm. Wäre ich mich schon mal... ...hier aufrüsten können. Das hab ich zu spät gesehen. Ach, das war dumm. Jetzt hab ich ja mal jetzt Zeit verloren. Aber ich seh doch richtig... ...dass wir das jetzt komplett aufgebaut haben, ne? Und dann krieg ich immer nur einen. Ach ja, ich vergaß ja. Das Spiel mag mich ja nicht. Ah. 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 Komm, wir kriegen trotzdem nur einen. Obwohl das komplett, äh... ...ähm... ...ausgebaut ist. Das ist aber jetzt assi. Wir können aber schon mal wieder was verkaufen. Das sind 3.700. Nein. Du haust ab da jetzt. Guck mal, das ist komplett ausgebaut. NoMac. 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 Yes. Betme. NoAC. NoAC. NoMac. geo foarte getured. Och, Mann, jetzt weißt du, dann baust du den Scheiß schon aus und dann... Na, hier funktioniert's. Warum hier nicht? Aha. Geht doch. Okay, hier sind wir schon mal planmäßig dran, aber wir müssen zusehen, dass wir so schnell wie möglich an ein Schaf rankommen. 8400, da ist ein Schaf drin. Das auf jeden Fall. Nur darf ich leider noch nix umbauen. Aber ist egal. Das gibt Kohle. Apa? Ahhhhh. Bis zum nächsten Mal.